Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, heißer Flirt zwischen Malte und Chiara Als die beiden sich gemeinsam das leerstehende Zimmer im Loft anschauen, weckt der charmante Malte mit einem Flirt Chiaras Interesse. Chiara trifft vor der Schnitte auf einen halbnackten Mann, den sie verärgert für einen schrägen Vogel hält. Als sie von Paula erfährt, dass es sich um ihren Neffen Malte handelt, schämt sich Chiara für ihren zickigen Auftritt. Malte reagiert jedoch cool und kann bei Chiara mit seiner charmanten Art punkten. Verblüfft stellt sie fest, dass sie einige Gemeinsamkeiten haben. Malte will Chiara rumkriegen. Als sie ihn mit ins Loft nimmt, um ihm das leerstehende Zimmer zu zeigen, bemerkt sie, dass er offensichtlich auf Flirtkurs ist. Chiara will vor Lynn und sich selber nicht eingestehen, dass ihr Maltes Aufmerksamkeit gefällt und verordnet sich streng, auf Männergeschichten zu verzichten. Als sie unsanft an Ninos Verrat erinnert wird, ergreift Chiara jedoch frustriert die Chance und lenkt sich mit Malte ab. Schönen auch in dieser Seite. So, ich glaube, es ist meine Gemeinsamkeiten. So, ich bin mir mit dem, was ich Data ist, wo ich dir habe, was ich Drogen hat. Ich bin mir mit einem schönen Tag. Für mich, die Bank. Ich bin mir mit meiner Vereine aufmerksamkeit. Ich bin mir mit dem, was ich dünn. Wenn hier nicht mehr Zeit gesucht, ich bin... Ich bin mir mit seiner Zeit, weil ich hier kann. Ich bin mir mit meiner König, dabei zu sein. Ich bin mir mit der Neffen. Ich bin mir mit dersoever ZPB-UK-Weiss, wenn ich die Nähe der Diamante auf Kostchiereien herstelleher, werden viele Menschen aussehen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020